Heyo Leute und willkommen zurück zu Road to Gold, was nicht mehr Road to Gold ist. Beim letzten Mal haben wir ja versucht uns neu einrenken zu lassen, aber man muss die ersten 10 Spiele gewinnen. Das erste, oder beziehungsweise spielen und das erste haben wir leider verloren, aber gegen einen relativ guten Spieler vom Rang her. Von daher mache ich mir da jetzt noch nicht so die Sorgen, dass das uns extrem nach unten zieht. Da es auch enorm knapp war tatsächlich mit 5 zu 4. Und es war auf der Kack-Map. Ich hoffe, dass wir jetzt mal wieder eine normale Map spielen und nicht wieder die Wasteland... Nein, sie ist wieder da! Och Mann ey, kommt die jetzt jede Runde oder was? Hier kann man keine... Naja, gut, egal. Ich finde die grausam, die Map. Also so richtig grausam. So, schön weitergegeben und da ist mein erstes Tor. Und das ist halt das, was ich meinte, du brauchst einmal abwehren. Du brauchst dich nur nach vorne spielen und hast ein Tor. Also, das hat für mich nichts mit Taktik zu tun. Das ist einfach nur Lack, wir werden besser ab in dem Moment. So, jetzt ziehe ich mal den Boost und das war wahrscheinlich ein Fehler. Aber warten wir mal, mal gucken. Aua! Kickt er mich erst mal weg, ey. So ein Arsch. So. Nope. Das war knapp, jetzt muss ich zurück. So, Boost holen. Den würde er halt wegspielen, das ist völlig okay. Ups. Ja, und einmal Fehler gemacht. Oh mein Gott. Was war das denn für eine Defense gerade? Ich, äh, ja. Das vergesse ich lieber ganz schnell. Das war ja Hölle. Er schnappt sich gar kein Boost. Boah, was war das denn? Alter. So, haben wir ihn reingefahren. Der Typ ist echt gut. Oder auch nicht, ich hab nichts gesagt. Ich bin halt so gesprungen, dass ich den Ball blocken kann, wenn er ihn wegschießt. Aber er hat's nicht gemacht. Und, äh, dadurch ging der wohl leider rein. Für mich, also für mich ist das gut, für ihn nicht so. So, next Ball. Ja, aber ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, das ist leider, leider nicht so ein Taktieren, wie beispielsweise auf den normalen Maps. Das ist halt eher so ein, ja, wir hatten mehr Glück beim Abprallen. Leider. Jetzt sehen wir, darüber spielen. Ja. Ah, hat er nicht schlecht gemacht. Nicht schlecht, Kollege. Nicht schlecht. Na? Na? Nicht mit mir! Oh, ich muss zurück. Wow! Alter, das war knapp. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, der kommt gut. Aber ein bisschen hoch. Glück gehabt. So, wieder zurück. Oh, fuck, der kommt mies. Der kommt mies. Der Kerl ist echt, also, seine Bälle sind echt ganz gut gespielt, muss ich sagen. Ah, da kickt er mich weg. Da kickt er mich eiskalt weg, ne? Direkt wieder zurück. Und weitermachen. Abgenommen. Oh, mein Gott. Was war das denn? So, den haben wir. Den würde er weghauen. Oh, nein, jetzt habe ich euch ausspielen lassen. Jetzt muss ich aufpassen. Gut, dass er es verkackt hat. Alter, das war knapp. Der war schon wieder recht knapp, ja. Ich werde hier auf der Map, werde ich so lange nicht fliegen, bis ich weiß, wie das hier ordentlich funktioniert mit dem Abprallen. Beziehungsweise, das Problem ist ja, dass der auch, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt muss ich aufpassen. Den haben wir. Den haben wir abgewehrt. Na, schade. Und zurück. Nein, fuck. Schön gemacht. Hätte ich hochgehen müssen, um den wegzuspielen. Da bin ich leider, habe ich gedacht, er schießt ihn doch nicht. Hat er gut gemacht. Kriegt er auch einen Nice-Bone für. Und hat mich natürlich weggekickt. Dadurch war es ein bisschen blöd. Aber egal. Eine Minute noch, 2-2. Na, schade. Ja. Mein Tor. 3-2. Habe ich mir schön selber vorgelegt und bin dann natürlich hochgegangen. Er wollte ihn einfach nur mit Springen wegkriegen. Hat es aber nicht gereicht für. Schade für ihn. Gut für mich. Weiter. So, Konzentration. Ah, der kam ein bisschen blöd. Der kam doof. Na, jetzt muss ich aufpassen. Oh, fuck. Alter. Zweimal ganz knapp geblockt. Und da kommt er schon wieder. Wow. Alter. Und zurück, 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 zurück. Ja, sehr schön. Ich greife nicht mehr an. Oh, nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nein. Scheiße. 3-3. Nur weil ich zurückgezogen habe. Scheiße. Egal. Egal, den machen wir noch. Ja, das wollte ich gar nicht. Oh, diese... Diese Steigung hier ist die Hölle. Das verändert total das Spielgefühl, meiner Meinung nach. Na. Hat er gut gelöst. Und das war's. 4-3. Endlich mal wieder gewonnen. So. Wuh. Aber diese Map, ich hasse sie immer noch. Das kann ich euch sagen. Trotzdem haben wir endlich mal wieder gewonnen. Was auch mal gut ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.